Marc Aurel sagte einmal, du musst stets daran denken, was die Natur des Ganzen und was die Deinige sei. Wie diese sich zu jener verhalte, welch ein Teil und von welchem Ganzen sie ein Teil sei, und dass niemand dich hindern könne, in steter Übereinstimmung mit der Natur, von welcher du ein Teil bist, zu handeln und zu reden.